Was heißt der Wunsch? Wir schweben jetzt alles hoch. Wir sind im Pond dazu. Was ist die Kunde? Da ist alles gekommen. Sega Notärztin. Nein, nein. Mirjam verfolgt dort. Hier kommt die Röterlampe. Wir greifen den Radladen an. Dann öffnen wir den. Ach so. Ja, das ist eine Kombi. So. 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 So.